Herzlich Willkommen bei VOV Underground Wrestling an Novanak! Ihr seid schon länger da, deswegen heute ist kurz. Ja, Underground Wrestling ist ein bisschen anders als das Wrestling, was ihr aus dem Fernsehen kennt. Wir haben keinen Pinfall oder Cover, bei uns kann man nur wieder durch Submission oder K.O. oder in einer Dachau rennt, das geht auch, aber das ist sollten. Lange Rede, kurze Rede und noch kürzerer Sinn. Ich darf unseren wichtigsten Mann auf die Bühne bitten, unseren offiziellen Referee! Ich liebe dich, ich liebe euch. Schlaufen Sie! Ich liebe dich, ich liebe dich, nur für euch. Ich liebe dich, ey ich liebe dich! Ich darf für den ersten Kampf den ersten Wrestler auf die Kampffläche bitten. Vielen Dank. 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 Und wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Bill... Bill... ...